Es gibt ein Eiscafé in Hochbergstadt, das alle Eissorten vorrätig hat. Manchabe Gelato rollt auf innen. In Kaffee, Alpi, Emanuele. Buon gusto, buon appetito, buon o' Genuss. Ob Piper Eis oder Eis mit Paselnuss. Dreckpunkt der Leute, groß und klein. Man trifft sich da zum Glücklichsein. Cantare con gelato. Man trifft sich da zum Glücklichsein. 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 Die vorüberflipsen. Drinnen kann man dort auch spielen. Da muss man schon genauestens zielen. Die Kinder haben ihren eigenen Spielplatz. und machen dabei doch viel Rabatt. und machen dabei doch viel Rabatt. Und machen dabei auch 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 viel Rabatt. Schokolade und den Konton kommunale Manuel Zittaco Generale Manuel Zittaco Generale Zittaco 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 Vielen Dank.